Willkommen beim Bibelfit-Dienst, wo wir versuchen, leicht verständlich tiefer in die Bibel einzusteigen, Jesus im modernen Alltag nachzufolgen und harte Fragen von Nichtchristen klar zu beantworten. Jeden Beitrag verschenke ich Übersichten, biblische Entscheidungshilfen, komplette Hörbücher und sogar Online-Kurse. Das gibt's alles gratis auf dieser Website, dank freiwilligen monatlichen Unterstützungen von Menschen wie dir und mir. Stell dir vor, du bist mal wieder in dieser tollen und gesegneten Situation. Du redest mit Menschen über Sünde und über das jüngste Gericht und dass Jesus sie vor dem jüngsten Gericht retten kann, dass Jesus sie heilen kann und dass Jesus sie zu neuen Menschen machen kann. Und in dem Moment schenkt Gott das deinen Zuhörern auch, dass sie dir mit einem offenen Herzen zuhören. Und deine Zuhörer, die fragen dich, wie mache ich das jetzt mit Jesus klar? Wie konkret bekehre ich mich? Wie werde ich jetzt Christ? Halleluja! Aber genau da ist der Punkt, wo viele von uns ins Straucheln kommen. Warum? Weil wir vor drei Hürden stehen. Hürde Nummer eins, wir haben zu wenig Übung, das zu erklären. Die Lösung dafür ist, du musst das einfach häufiger machen. Ganz einfach. Hürde Nummer zwei, wir wissen manchmal nicht inhaltlich die genauen Schritte. Gehen wir sofort nochmal durch, kannst du dir gern schon was zum Mitschreiben bereitlegen. Und Hürde Nummer drei, mit der die meisten von uns gegen die Wand fahren, ich auch, erzähle ich gleich eine kurze Geschichte. Das ist das, worum es auch heute geht. Nämlich, wir wissen vielleicht, was wir inhaltlich meinen, aber wir kriegen es nicht so ausgedrückt, dass jemand anderes das sofort versteht. Zum Beispiel, als ich damals noch nicht Christ war, gab es wohlmeinende Christen, die es gut mit mir meinten und die mir sowas gesagt haben wie, das Blut Jesu Christi wäscht dich rein. So, das ist ja nicht falsch, im Gegenteil, das ist sogar goldrichtig. Aber solange du vorher nicht weißt, was damit gemeint ist, ist das schwer, das einzuordnen. Du denkst dann zum Beispiel an sowas wie Blut, das hinterlässt rote oder braune Flecken. Wie soll das in der Lage sein, etwas rein oder sogar weiß zu waschen? Also, da musst du erstmal darauf kommen, dass das eine Metapher, dass das eine sprachliche Brücke ist. Das ist nicht automatisch, intuitiv, solange du das nicht weißt. Oder jemand anderes sagt mir mal, es ist ein Werk des Heilandes, das dich zur Buße treibt. Glaub mir, ich sage dir aus Erfahrung, solange jemand nicht vorher schon weißt, was du damit meinst, ist es tatsächlich so, viele Nichtchristen verstehen diese Worte nicht. Und Hand aufs Herz, jetzt mal ganz im Ernst, dann passiert es doch. Das ist doch genau in diesen Momenten, dann stammeln wir irgendwie und rucksen so rum und der andere, der versteht im schlimmsten Fall nur Bahnhof. Wenige Minuten später ist alles versandet und du hast diesen goldenen Moment verpasst. Dann war alles umsonst und im schlimmsten Fall haben wir eine Seele verloren. Warum? Weil wir uns weigern, mal für zwei Minuten mit unseren kanaläischen Luther- und Schlachter-Vokabeln aufzuhören und statt in Kirchenjargon und Weihnachtsgibramatik einfach mal in normaler deutscher Alltagssprache zu sprechen. Und natürlich kann Gott das schenken, dass ein Mensch sich trotzdem bekehrt. Bekehrung kann ja sowieso nur Gott wirken, das ist klar. Aber mal ganz ehrlich, warum wollen wir es denn Gott so schwer machen? Warum wollen wir es denn unserem Zuhörer durch eine umständliche Sprache unnötig schwer machen? Warum wollen wir da zusätzliche Hürden aufbauen? Also ich sehe da keinen logischen Grund für. Also führ es dir einfach mal vor Augen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wahrscheinlich werden die meisten von uns nicht beim Bäcker stehen und sowas sagen wie, ich begehre jenen Leib Brotes. Du aber, der du des Faches der Backkunst kundig bist, mögest du aber willens sein, auf das dein Knecht ihn bei dir erwerben könne. Also ich weiß nicht, aber sprechen wir so? Und das bei uns richtig verstehen, ich sage das in Selbstkritik. Ich hatte vor kurzem, kurze Geschichte, hatte ich ein Gespräch mit einem interessierten, jungen Nichtchristen. Der wollte wissen, worum es geht und wir waren voll dabei. Und im Eifer des Gefechts habe ich mit Worten um mich geworfen, wie Buße und Umkehr. Und da hat er mich ganz freundlich, aber verwirrt angeguckt und gefragt, was meinst du damit? Ich verstehe diese Wörter nicht. Oh, das ist passiert. Meine Frau, die saß daneben. Und ich war so drin, ich habe in dem Moment gar nicht auf meine Formulierungen geachtet. Und das Ding ist, er hatte sogar recht, weil sprachwissenschaftlich ist es nun mal so, dass das Wort Buße, dass das tatsächlich nicht mehr Teil ist vom heutigen Sprachgebrauch in den 2020er Jahren. Da können du und ich jetzt uns drüber aufregen oder auch nicht. Aber der Fakt ist, du kannst einfach nicht mehr automatisch voraussetzen, dass Menschen bestimmte Vokabeln kennen. Und nochmal, natürlich bleiben wir inhaltlich zu tausend Prozent beim biblischen Evangelium allein aus Gnade, dem stellvertretenden Sühneopfer Jesu Christi, das uns freimacht von Sünde und Verdammnis für Zeit und Ewigkeit. Das ist ganz klar. Da wird keinen einzigen Millimeter abgewichen, nicht einen. Und genau deshalb stehst du ja vor dieser Herausforderung, das zu vermitteln. Du kannst dir das jetzt mal ein bisschen leichter ausgedrückt, du kannst dir das vorstellen wie das Gesellschaftsspiel Tabu, wo du etwas erklären musst, aber du bestimmte Wörter nicht nutzen darfst. So ungefähr, nur dass hier viel, 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 viel mehr auf dem Spiel steht. Deshalb ganz konkret, du hast jemandem das Evangelium schon erklärt. Das ist wichtig und das ist auch wichtig mit Sünde anzufangen. Wie du das machen kannst, das habe ich dir hier unter diesem Video verlinkt, da kannst du gerne mal reinschauen. Du hast jemandem das Evangelium erklärt und er fragt dich jetzt, Wie genau läuft das mit der Bekehrung ab? Was sind die exakten Schritte? So, wie antwortest du jetzt in einer Sprache, die x-beliebige Menschen, auch junge Menschen, an einer heutigen Supermarktkasse, die sie direkt verstehen würden, ohne dass sie einen Duden brauchen oder ohne dass sie halbe Messdiener sein müssen? Also sieben konkrete Schritte. Du kannst auch noch mehr Sachen ansprechen, aber bei diesen sieben wird zumindest nichts heilsrelevantes fehlen. Manche von diesen sieben Schritten, die beziehen sich auf die Vergangenheit deines Zuhörers vor seiner Bekehrung. Andere beziehen sich auf seine Gegenwart, auf das Hier und Jetzt und wieder andere beziehen sich auf seine Zukunft, also was noch kommen wird. Und einige auf alles drei. Also im heutigen Deutsch. Schritt 1 von 7. Das ist das, was wir im Kirchensjargon nennen, Jesus seinen Herrn nennen. Jesus seinen Herrn nennen. Was heißt das jetzt in einem normal verständlichen Deutsch? Das heißt, dass wir nicht nur einmal in unserem Leben sagen, Herr Jesus, dass wir das einmal aussprechen und gut ist, sondern was das inhaltlich heißt, ist folgendes. Das heißt, Jesus die Autorität über mein Leben geben. Nochmal, das heißt, dass ich, Jesus, freiwillig die Autorität gebe über mein Leben. So, manche Glaubensrichtungen, die machen das mit einem Übergabengebiet, andere mit einem sogenannten Altarhof. Das wäre jetzt beides ein anderes Thema, aber es geht darum, dass du eine bewusste Entscheidung triffst. Jawohl, Jesus soll der Herr über mein Leben sein und zwar über mein ganzes Leben. Das heißt, über alle Bereiche, also nicht nur meine Lieblingsbereiche, wo es mir irgendwie leicht fällt, nein, 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 sondern über alle Bereiche. Die typischen Knackpunkte, das sind so Themen wie Beziehungen, Zwischenmenschliches oder Sexualität oder Geldsachen. Und nochmal, Jesus die Autorität über mein Leben zu geben, das ist was anderes, als Jesus Autorität über die Bereiche zu geben, die ich ihm gerade so noch erlaube. Warum? Weil wenn ich das tun würde, wer hat denn dann am Ende das Sagen? Na, ich, in dem ich ja, Jesus, in seine Schrankenweise statt umgekehrt, ja. Da lüge ich mir selbst in die Tasche und ehrlich gesagt, dann lüge ich auch Jesus an. Sondern Jesus, den Herrn über mein Leben zu nennen, ja. Jesus, die Autorität über mein Leben zu geben. Das heißt, falls die Gesellschaft Hü sagt, aber Jesus sagt Hot, dann ist es Hot. Und falls meine Gefühle, ja, falls die Hü sagen und Jesus sagt Hot, dann ist es immer noch Hot. Das heißt, Jesus soll der Chef sein. Und das heißt auch, ich gestehe mir ein, dass Jesus eigentlich schon immer der Herr über alles war. Ja, auch da, wo ich ihn mit meinen Taten damals früher entehrt habe, ja. Auch da war er schon der Chef. Ich habe ihn nur noch nicht als Chef anerkannt. Und das heißt, ich bejahe ab jetzt von mir aus. Ich will das. Ich will das, dass Jesus jetzt ganz aktiv die Chefrolle in meinem Leben einnimmt. Jesus soll das letzte Wort haben. Und damit sind wir beim nächsten Punkt. Nummer zwei von sieben. Im Kirchenjargon nennen wir das Sündenbekenntnis. Sündenbekenntnis. Was heißt das jetzt? Fangen wir mal an mit dem, was das nicht heißt. Das heißt jetzt nicht unbedingt, dass du dein geistliches Vorstrafenregister, dass du das auf dem Marktplatz rumposaunen sollst. Oder dass du den Gemeindeältesten, dass du denen deine Lebensgeschichte erzählen musst. Oder dass du in die Kirche zu einem Weichtvater gehen sollst. Auch wenn das nicht die schlechteste Idee ist. Sondern das meint was anderes. Der Schlüssel, der ist wieder im griechischen Grundtext. Warum? Weil wo in unseren Bibeln steht Sündenbekenntnis? Da steht im griechischen Grundtext eine ganz eigentümliche, besondere Vokabel. Nämlich Homologeo oder Homologain. Was heißt das jetzt? Homologeo bedeutet das gleiche. Homos, das gleiche. Homologeo, sagen oder denken. Also Homologeo heißt das gleiche sagen, das gleiche denken. Und das heißt, wo in unseren deutschen Bibeln, wo es da heißt, zum Beispiel bekenne Gott deine Sünden. Da steht im Grundtext wörtlich, sag über deine Taten das gleiche, was Gott über deine Taten sagt. Denke über deine Taten das gleiche, was Gott über deine Taten denkt. Und das ist ja eine ganz praktische und logische Folge davon, dass Jesus die Autorität über mein Leben jetzt hat. Es heißt, er darf das letzte Wort haben. Und was er über meine Taten sagt, dem stimme ich zu. Ja, deshalb ist das so zentral, dass du beim Evangelium vorher mit anderen Menschen über Sünde, über Gebote und über das Gericht sprichst. Sonst kann ich dir aus meiner eigenen Erfahrung sagen, das macht keinen großen Sinn. Und das kann ein starker Grund sein, warum sich Menschen in Gesprächen mit dir vielleicht weniger bekehren, als du das hoffst. Mehr dazu mit einer praktischen Anleitung findest du im Link unter diesem Video. Und ganz konkret heißt das, ich höre auf, meine Vergangenheit schönzureden und Ausrede über Ausrede aufzutürmen, warum ich was wie damals machen musste und dass ich doch eigentlich ein toller Typ bin und so weiter und so fort. Nein, sondern es heißt, ich sehe meine Taten, die sehe ich im Spiegel von Gottes Geboten. Diesen Spiegel, den halte ich mir vor. Ja, das ist in Ordnung. Und ich stimme Gott zu. Ich stimme Gott dazu, wo ich gefehlt habe. Und das heißt ganz konkret, bei meinen Entscheidungen ab jetzt orientiere ich mich bewusst an dem, was Gott in seinen Geboten und was Gott in seinen Worten in der Bibel sagt. Die ist ja nicht zum Spaß da. Punkt 3 von 7. Dieser Punkt ist jetzt besonders wichtig. Warum? Weil das wird häufig unbiblisch dargestellt oder heutzutage wird das leider sogar totgeschwiegen. Nämlich Buße und Umkehr. Buße und Umkehr. Fangen wir wieder an mit dem, was es nicht heißt. Buße und Umkehr heißt nicht, dass jeder sofort ins Kloster gehen muss oder dass du ab jetzt drei Fastentage die Woche einführen musst oder dass du dich sogar selbst bestrafen sollst oder sonst irgendwas. Das ist nicht biblisch und das macht auch keinen Sinn. Da sagt ja Jesus selbst dazu. Er sagt, was kann denn ein Mensch geben, um seine Seele auszulösen? Ja, nix. Also brauchen wir auch nicht versuchen, Gott irgendwie mit billigen Bestechungsgeschenken einzulullen. Gottes Wort selbst sagt dazu, es sagt, wir alle sind von Unrecht befleckt. Und jetzt kommt es, selbst unsere gerechten Taten, unsere guten Taten sind besudelt wie ein schmutziges Gewand. Ja, das heißt, diese Bestechungsgeschenke, die sind völlig umsonst und die feuern sogar nach hinten los. Damit entehren wir Gott nur nochmal. Also im Klartext, ja. Du kannst dir Gottes Vergebung, die kannst du dir nicht kaufen, die kannst du dir nicht erarbeiten, die kannst du dir nicht verdienen. Das ist ganz klar. Sondern Vergebung ist ein freiwilliges Geschenk, was Gott dir und mir macht. Das war jetzt die eine Seite der Medaille. Wichtig ist die andere Seite, über die wir als Christen uns in dieser liberalen Gesellschaft häufig kaum trauen zu sprechen. Ja, weil wir niemandem zu nahe treten wollen oder so. Nämlich, dass wir uns von unseren Sünden abkehren und den neuen Weg einschlagen. Nochmal, dass wir uns von unseren Sünden abkehren und den neuen Weg einschlagen. Das ist das, was Buße und Umkehr im heutigen Deutsch inhaltlich meint. Und das ist auch das, wozu Jesus selbst sagt. Er sagt, solange ihr euch nicht von euren Sünden abkehrt, werdet ihr alle verdammt werden. Krass, oder? Also da beißt die Maus keinen Faden ab. Und wer das nicht vorhat, sein Leben zu ändern, und wer sich nicht ehrlich von Gott verändern lassen möchte, der kann das mit dem Christsein vergessen. Der braucht nicht anzufangen. Das macht Jesus Christus selbst glasklar. Buße und Umkehr, das ist tatsächlich heilsrelevant. Und nochmal, Buße und Umkehr, das heißt in klarem Deutsch, heißt das A, wir kehren uns von unseren schlechten Taten ab. Was sind schlechte Taten? Welche Taten sind schlecht? Das sind die, die Jesus schlecht nennt. Wie zum Beispiel, sobald du und ich gegen die zehn Gebote verstoßen. Kennst du die zehn Gebote? Die solltest du auswendig kennen. Großer Tipp, ja? Also, davon kehren wir uns ab. Wir kehren uns von unseren schlechten Taten ab. Dann B, wir schlagen den neuen Weg ein. Das beides zusammen. Weg von den schlechten Taten hin zum neuen Weg. Das ist eine Doppelbewegung. Dieser Punkt ist sehr wichtig. Den müssen wir auch genauso klar machen. Denk mal an die Beispielgeschichte, die Jesus vom verlorenen Sohn erzählt. Wann kommt der Wendepunkt in dieser Erzählung? Er kommt da, wo der verlorene Sohn sich abwendet von den Schweinetrögen. Wo er sich davon abkehrt und wo er stattdessen den Weg zum Vater einschlägt. Dieses stattdessen. Das ist entscheidend. Weg von den Schweinetrögen. Weg von allem geistlichen Dreck. Weg von aller moralischen Unreinheit, in der ich mich wälze. Und wo ich weiß, dass mich das runterzieht. Und wo ich weiß, dass das einem Königskind nicht angemessen ist. Davon weg und gleichzeitig hinzu. Und wohin hinzu? Hinzu den neuen Weg einschlagen. Zurück ins Haus meines himmlischen Vaters. Dahin, der mich mit offenen Armen empfängt. Und der mir sogar in Richtung Schweinetrug entgegenläuft, um mich in das Haus zu nehmen. Also beides gleichzeitig weg von und hinzu. Und eine dritte Sache ist, bei dieser Buße-Reue-Umkehr ist da noch besonders wichtig. Und das ist was, was in einzelnen Gemeinden fehlt, die besonders anfällig sind für geistlichen Missbrauch. Nämlich diese Umkehr. Dieses von den Sünden abkehren und einen neuen Weg einschlagen. Das kann gern eine Entscheidung sein, die du einmal im Leben triffst. Wo du den Tag und die Stunde genau sagen kannst, wo das passiert ist. Schön. Das ist wunderbar. Das ist wirklich schön. Das Entscheidende aber ist, hör mir jetzt gut zu. Also diese Gnade, das ist etwas, was du jeden Tag geschenkt bekommst. Umkehr ist etwas, das du jeden Tag tust. Wir könnten uns jetzt viele weise Dinge anschauen, die kluge Männer und Frauen aus 2000 Jahren Kirchengeschichte dazu gesagt haben. Aber das Beste, das kommt wie immer von Jesus selbst. Die frühesten Worte, die wir historisch jemals von Jesus aufgezeichnet haben, die sind, wo er sagt, in Markus 1, wo er sagt, Metanoete. Metanoete. Also korrekt auf Deutsch übersetzt heißt das, bereut eure Sünden, schlagt einen neuen Weg ein. Das Besondere dabei ist, dass das im altgriechischen Grundtext in einer ganz kuriosen Grammatik steht. Das ist im Aramäischen, das Jesus viel gesprochen hat, übrigens das Gleiche gewesen. Das steht in einem sogenannten durativen Präsensaspekt. Also in der deutschen Grammatik, da haben wir sowas nur zwischen den Zeilen oder eben gar nicht. Du musst dir diesen Begriff auch nicht merken, aber was dahinter steht, das solltest du dir merken. Warum? Weil jedem Hörer von Jesus Worten wird das damals klar gewesen sein. Und das ist genau das, was Jesus damit gemeint hat. Nämlich, dass diese Umkehr, dass dieses sich Abkehren von den Sünden und den neuen Weg einschlagen, dass das etwas ist, was jeden Tag passieren soll. Jesus hat das tatsächlich gemeint als etwas Dauerhaftes, als etwas Grundsätzliches, als, ja, wie soll ich das sagen, als eine neue Grundhaltung der Umkehr, mit der wir durchs Leben gehen sollen. Das ist das, was er gesagt hat und das ist das, was er meint. Kehr dich jeden Tag ab von deinen Sünden und schlag den neuen Weg ein. Kurzer Einschub. Das ist tatsächlich wichtig und das geht in vielen deutschen Bibelübersetzungen leider verloren. Nochmal, das liegt nicht daran, dass das im Grundtext der Bibel nicht da wäre. Das ist sprachwissenschaftlich ganz eindeutig da, sondern das liegt daran, dass unsere deutsche Sprache in manchen Punkten nicht dafür ausgelegt ist, diese Unterschiede irgendwie gut einzufangen. Das ist echt schade, weil solche Infos erzählen dir viel darüber, wie Gott die Realität geschaffen hat und was Jesus tatsächlich wie meint. Und sobald du das verstehst, kannst du viel tiefer in die Bibel eintauchen und entdeckst auf einmal Zusammenhänge, die dir vorher nie klar waren. Deshalb habe ich dir hier eine kurze Einführung ins biblische Zeitverständnis zusammengestellt, wie ich das mehrere Jahre an der Universität unterrichtet habe. Weil das zu verstehen, ja, da steckt ein großer Reichtum an Erkenntnis dahinter. Für einen ersten Überblick, wie gesagt, mehr ist es nicht, aber es ist ein erster Überblick, nehme dir das hier gern gratis mit. Den Link dazu findest du in der Videobeschreibung. Nummer vier von sieben, das ist das, was wir im Kirchenjargon nennen, den Glauben und das Sühneopfer. Den Glauben und das Sühneopfer. So, wichtig. Glaube heißt in der Bibel nicht blind irgendwie etwas für wahre Münze nehmen, was keinen Ursprung, keinen Nachweis hat oder was man nicht irgendwo dingfest machen kann. Nein, das ist ein heutiger Sprachgebrauch von diesem Wort. Das hat mit dem biblischen Hebräisch kaum etwas zu tun. Glaube heißt auch nicht einfach an Gott glauben, dass es den gibt und gut ist. Ja, ich könnte, ich könnte manchmal verzweifeln, ja, wenn ich Christen sehe, die denken, dass das Wichtigste wäre, dass die Gesellschaft oder andere Menschen nur daran glauben, dass es Gott gibt und gut ist. Ja, also mal ganz provokativ zurückgefragt. Ich will jetzt hier niemandem böse zu nahe treten oder irgendwas. Ganz böse einfach gefragt tatsächlich, was soll mir das denn beim jüngsten Gericht bringen? Ja, stell es dir doch einfach mal bildlich vor. Du stehst dann beim jüngsten Gericht und dann sagst du was? Sowas wie, Herr Richter, ich möchte zu meiner Verteidigung anführen, dass ich daran glaube, dass sie existieren. Ja, super. Also da kann ich mir auch nichts von kaufen. Also nein, nein, nein. Sobald in deiner deutschen Bibelübersetzung das Wort Glauben steht, meint das Neue Testament damit was komplett anderes. Ja, dazu habe ich ein eigenes Video hier auf diesem Kanal, wo wir das Schritt für Schritt ganz einfach erklären. Du kannst gerne die Glocke drücken unter diesem Video, dann wird dir das mit dem Glauben auch angezeigt. Dann kannst du dich da einfach mal ganz einfach reingraben. Für unseren Zusammenhang geht es darum, Jesus Tod, den er für mich gestorben ist, dieser Tod, das begnadigt mich beim jüngsten Gericht. Nochmal, Jesus Tod, den er für mich gestorben ist, dieser Tod, der begnadigt mich beim jüngsten Gericht. Und daran, daran jetzt, daran will ich mich jetzt festklammern. Und dieses Festklammern, ja, das ist das, was Glauben meint. Dieses Festklammern, um dir mal so ein paar heutige Vergleiche zu geben, das ist so ungefähr so, du fährst in einem Bus, dieser Bus, der fährt in einem Affentempo um die Ecke und als ob er dich aus dem Fenster schleudern würde und so wie du dich dann an der Halteschlaufe festklammerst, ja, dieses Festklammern, das ist das, was im Neuen Testament mit Glauben gemeint ist, ja, wie ein Ertrinkender auf hoher See, der auf einmal eine Holzplanke vor sich sieht und sich mit ganzem Körper draufwirft, ja, damit sie ihn trägt. Oder ein Hubschrauber, der stürzt ab. Und wer daraus abspringen muss, der hält sich mit aller Kraft an seinem Fallschirm fest, als ob sein Leben davon abhängt, weil das tut es. Und dieses Festklammern, ja, an dem Fallschirm, an der Holzplanke, an der Busschlaufe, an der Halteschlaufe, dieses Festklammern und das, was damit verbunden ist, das ist ungefähr das, was Glaube im Neuen Testament meint, ja. Jesus hat diesen jämmerlichen Tod, jämmerlichen Tod, den hat er für mich durchlitten, ja. Das, das allein, das schon mal eingestehen und Gott darin zustimmen, jawohl, ich hätte doch, ich hätte doch die Strafe für meine Sünden verdient. Wo kommen wir denn hin, dass jemand anderes für meine Sünden bestraft wird, ja. Ich hätte die Strafe für meine Sünden verdient. Ich habe zu Recht die Hölle verdient. Dann zweitens, dieser stellvertretende Tod, der hat die Kraft, der kann das, der kann mich beim jüngsten Gericht begnadigen. Und Punkt C, daran, dass das funktionieren kann, daran klammer ich mich jetzt schon fest, ja. Also jetzt, ich sehe schon, dass der Bus, der fährt schon in die Kurve und da halte ich jetzt schon die Schlaufe, halte ich jetzt schon fest, ja. Also das ist wichtig. Jetzt festklammern, nicht irgendwann, sondern heute und hier und jetzt. Und dadurch passiert was ganz Kurioses, nämlich Punkt 5 von 7. Das ist das, was man im Kirchenjargon nennt eine Rechtfertigung oder die Rechtfertigung, ja. Rechtfertigung aus Glauben. So, Rechtfertigung meint nicht, sobald zum Beispiel meine liebe Frau und ich ein Disput haben und ich dann Ausrede und eine Ausrede nach der anderen rauskrame, warum ich nicht schuld bin, ja. Das ist das, was im heutigen Deutsch mit Rechtfertigen gemeint ist. Nein, in der Bibel meint das was ganz anderes, nämlich dadurch, dass dieser Schritt vorher passiert ist, ja. Dadurch, dass ich im neutermestamentlichen Sinn glaube, ja, mich festklammere, ja. Dadurch, dass ich mich also daran festklammere, dass Jesus tot, den er für mich gestorben ist, dass mich das beim jüngsten Gericht begnadigt, ja. Ich bin schuldig, ich werde begnadigt. Genau indem ich das tue, dieses Festklammern, genau dadurch, und darin passiert Folgendes, dadurch nimmt Jesus mir jetzt schon meine Sünden weg und rechnet mir dauerhaft nichts mehr an. Auch das ist was, das vielen Leuten unbiblisch erzählt wurde. Deswegen hier nochmal ganz klar. Sündenvergebung ist etwas, das heute und das hier und das jetzt passiert. Und sobald du diese ersten vier Schritte durchlaufen hast, ja, du hast Jesus die Autorität über dein Leben gegeben. Du siehst deine Taten, so wie Jesus sie sieht. Du willst dich jeden Tag von deiner Sünde abkehren und den neuen Weg einschlagen. Und du klammerst dich ab jetzt daran fest, dass Jesus tot, den er für dich gestorben ist, dass der dich beim jüngsten Gericht begnadigt. Daran klammerst du dich fest. Solange diese vier Punkte auf dich zutreffen und du das wirklich von Herzen willst und du darin dauerhaft lebst, dann darf ich dir im Namen des Heiligen Gottes und mit der Autorität Jesu Christi zusprechen, damit sind dir deine Sünden vergeben. Dadurch, dass du das für dich persönlich annimmst, dadurch nimmt dir Jesus jetzt schon deine Sünden weg. Nicht erst später beim jüngsten Gericht, sondern jetzt schon. Und Gott geht sogar noch einen Schritt weiter. Warum? Weil er ein Gott der Gnade und des Überflusses ist. Gott macht dich nämlich, biblisch gesagt, zu seinem Kind und zu seinem Erben und gibt dir wie einen neuen Personalausweis, mit dem du jetzt schon die Staatsbürgerschaft im Paradies hast. Und solange du wirklich und ehrlich aus dieser Gnade leben und nicht aufhören möchtest, dich nach Gott auszustrecken, also solange das jetzt eine echte Bekehrung ist, dann rechnet Gott dir ab jetzt dauerhaft deine Sünden nicht mehr an. Und das, das sage ich jetzt dir, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, das darfst du dann den Menschen, die du bei ihrer Bekehrung begleitest, das darfst du ihnen dann auch genau so sagen. Wirklich jetzt. Weil eine echte Bekehrung, die ist sichtbar. Und das bringt uns zu Punkt 6 von 7, nämlich Wiedergeburt. Was meint denn Wiedergeburt und neue Kreatur? Es meint nicht Reinkarnation. Ja, also nochmal, das gibt es in der Bibel nicht. Da gibt es keine Reinkarnation, da gibt es kein ewiges Rat der Wiedergeburt, dass man stirbt und dann kommt man als ein anderer Mensch wieder oder sogar ein Tier, da kommt man als ein Tier wieder. Oder am besten noch, das ist ja das Allerbeste, dass deine Taten zu Lebzeiten bestimmen, als was für ein Lebewesen man wiederkommt. Das ist komplett unbiblisch. Sondern was im Neuen Testament gemeint ist mit Wiedergeburt und neuer Kreatur, neuer Schöpfung, gemeint ist damit in heutigem Deutsch, dass Gott dich in deiner Bekehrung zu einem neuen Menschen macht. Ja, dass Gott die Kraft hat, dir ein neues Leben und ein neues Leben zu schenken und dass Gott dir eine neue Autorität und eine neue Identität schenkst. Du gehörst jetzt zu ihm, ja. Das verändert alles, weil es verändert dich. Du wirst dein Adoptivkind des Schöpfers des Universums. Und Punkt 7 von 7, Nachfolge. Ja, was heißt Nachfolge nicht? Nachfolge heißt nicht, dass du Jesus in äußeren Umständen alles nachmachst. Ja, es heißt also nicht, dass du immer ledig bleiben musst, dass du keinen festen Wohnsitz hast, dass du dir einen Bart wachsen lässt oder mit einem Umhang herumläufst oder so. Nein, sondern was Nachfolge heißt, ist, dass du wirklich und ehrlich und in der Tiefe versprichst, dem Jesus des Neuen Testaments zu gehorchen. Ja, dass du dein Leben ab jetzt nach dem ausrichtest, was dieser Jesus des Neuen Testaments sagt, dass er ab jetzt ganz praktisch dein Herr und dein Meister sein darf. Und dafür musst du dich mit ihm beschäftigen. Das geht ja gar nicht anders. Und diesen Jesus des Neuen Testaments immer mehr kennenlernen. Auch die Seiten, die wir noch nicht kennen und auch die Seiten, die wir häufig nicht sehen wollen. Und das ist ein sehr guter Grund, dich bibelfit zu machen. Spul diesen Beitrag gern zurück und hör dir die wichtigsten Stellen direkt nochmal an. Ansonsten möchte ich dir im Namen des ganzen Teams danken. Danke für deine Unterstützung in 150 Videos und danke für 10.000 Abonnenten. Krass. Als kleines Dankeschön, ja, haben sehr viele Leute danach gefragt in den letzten Wochen und Monaten. Hier der schlechte Witz der Woche. Wer war der beste Leiter der Bibel? Das war Noah. Er hielt das Projekt über Wasser. Das ist echt schlecht. Also Leute, vielen Dank für alles.